Hallo Lava-Geist! Du siehst aber nicht gruselig aus. Du siehst lustig aus. Wollen wir was spielen? Ja! Guck mal! Dort ist eine Höhle! Wollen wir die mal angucken? Kannst du was sehen? Kannst du was sehen? Ja! Ja! Du hast ja auch große Augen! Du hast ja auch große Augen! Du hast ja auch große Augen! Hehe!